Guten Morgen Leute, so wir machen jetzt erstmal hier die Rohrläden hoch und der kleine Finn, guten Magen Schatz, guten Magen Schatz, draußen scheint sogar die Sonne ein bisschen, das ist sehr, sehr schön, freue ich mich drüber. Ich muss jetzt übrigens zum EMS Training und habe jetzt gerade kurz nochmal meine Sachen hier oben zurechtgelegt, die ziehe ich jetzt auch schon an. Ich gehe immer meistens schon fertig angezogen zum Training, weil ich das, also erstens kann ich dann ein bisschen später losfahren, dann muss ich da nicht noch umziehen, muss keine 15 Minuten früher da sein, ne? Ja, und ja, nicht wundern, ich habe hier wieder mein schönes Schleifchen am Morgen an, das ich eigentlich immer nehme, um mich zu schminken, ich habe heute im Morgen kein Haargummi gefunden, weshalb ich so meine Haare jetzt einfach aus dem Gesicht gemacht habe. Ja, und genau, wie gesagt, ich gehe jetzt im EMS Training, ziehe mich jetzt kurz um, Kaffee trinke ich jetzt nicht mehr, das schaffe ich jetzt nicht und dann muss nachher hier aufgeräumt werden. Katastrophe dahinten, vor allem Katastrophe und ja, das machen wir jetzt. Yo, was geht ab, wir sind angekommen, ey. Ja, wir haben gerade geparkt und machen heute gerade einen Parkschein. Wir haben jetzt gerade erstmal einen Termin beim Anwalt. Und danach haben wir den Termin bei unserem Kiefer-Autopäden. Ja, da haben so viele nachbekommen. Also hier, ne? Ich bin am Ende. Das war die letzte Spange, die ich jetzt gerade mit drin habe. Und alles weitere seht ihr gleich beim Kiefer-Autopäden. Ich bin schon übertrieben gespannt, ich freue mich voll. Ja, ich glaube, der hat diese Vorher-Bilder, auf jeden Fall auf dem PC. Das ist bei Tobi, das ist schon echt heftig. Das ist echt krass. Ja, ich freue mich, ich habe immer daran geglaubt, ich habe ihm da zu 100% vertraut. Und wirklich, ich meine, naja, also, weißt du, man kann viel erzählen, aber das spricht für sich. Ja. Ende aus. Genau, ist mir egal. Und da ist mir egal, ob irgendjemand was anderes sagt oder so. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ey. Unseres Lebens. Ne, die beste Entscheidung. Tschüss. Hält mit, okay, Entschuldigung, mit die beste. Gleiches, anderes. Was denn noch? Spaß. Bisschen Arsch. So, dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn wir beim Anwalt wieder rauskommen. Wir sind gerade, ähm... Willkommen bei Cologne Smile. Was? Willkommen bei Cologne Smile? Angekommen. Achso, willkommen. Ja. Smile. Das war ein paar Lächeln. Ich habe hier schon draufgeklatscht. Zeig mal einmal, was soll ich schlafen? Ey. Der will nicht so werden. Was? Ach ja, ist übrigens Tag der Abrechnung. Und? Hm? Seht ihr? Ist ja top, aber das hatte ich euch gestern ja schon gesagt. Und, ähm, zum weiteren Vorgehen sage ich euch gleich noch was. Aber, Maren ist gerade erstmal dran. Ich finde, ihre Zähne sind unglaublich schön. Superschöne Zähne, neue tolle Zahnfarbe hast du auch. Ganz schlecht erspricht. Ah, die sind für ein Gelb geworden, ne? Wirklich, das Kaffee trinken. Mega Gelb. Ganz schön. Nein, ich weiß nicht, ein Gelb werden wollen, das Kaffee trinken. Ja. Das meine ich. Halt mal. Ach, Quatsch. Also, ich glaube, ähm, 99% der Bevölkerung würden sterben für so schöne Weißen Zähne. Ja, ich glaube, ja. Aber, ähm, dieser, der Kunststoff, der nimmt eigentlich die Farbe nicht so an, aber so ein ganz ein bisschen. Kaffee, Curry, Paprikapulver, solche Sachen. Ja, das ist halt das, was ich so liebe. Ja, das sollte das auch so sein. So, ja, zeig mir nochmal den Problemzahn, den muss ich mir nochmal anschauen. Ne, das holen wir jetzt ab, das Bargeld, Schatz. Wir sind, äh, ja, immer noch in Köln, äh, vom Kieferorthopäden raus und wir haben euch jetzt gar nicht mehr richtig gesagt, was jetzt gerade noch passiert. Und zwar, der Retainer, also der Draht hinter den Zähnen, wird jetzt in Auftrag gegeben und wird in ungefähr, naja, eigentlich wäre er in einer Woche fertig. Das Problem ist nur, dass wir in einer Woche nicht mehr da sind. Und, ähm, das heißt, wir werden jetzt, oder der Kieferorthopädel lässt jetzt vor uns noch eine Clearing-Schiene, also quasi die, die ich gerade drin habe, nochmal herstellen. Eine davon, mit der wir jetzt drei Wochen nochmal quasi aushalten, bis dass wir wieder da sind und dann den Retainer bekommen. Aber das ist echt nur eine Schiene, die für den Übergang, ähm, genutzt wird, damit die Zähne nicht wieder sich verschieben. Genau, so sieht's aus. Und, äh, ja, es ist kalt in Deutschland, Tobi hebt jetzt kurz Geld ab, wir wollen jetzt kurz was essen und dann, äh, geht's auch schon wieder zurück. Und dann werden wir gleich ins Krankenhaus fahren, zu Tobis Mama. Ja, Tobi wollte noch schnell zum Friseur, weil morgen sind wir in Hamburg auf einer Gala und, ja, das ist der Plan. Also eigentlich mag man's gar nicht glauben und ich hab auch gerade eben extra in die Wetter-App geschaut, aber es hat gerade eben ganz kurz geregnet. Wir waren so total erstaunt, als wir vom Kieferorthopäden rauskamen, so, häh, warum ist es nass? Der Boden war so, sah aus wie nach einem Monsoon. War voll sexy, oder? Was denn? Was denn? Ich freue mich jetzt auf Essen. Ja, ich freue mich auch auf Essen. Und dann, äh, zwei, drei Bilder noch machen und dann Mama besucht ein Krankenhaus. Also, heute ist schon gut durchgetaktet und mir hilft es persönlich. Also, seht ihr, das ist so was Schönes, auch wenn es für euch nicht schön ist, aber, dass heute jetzt kein Daily Mentee online geht, ist so für mich, jetzt muss ich nicht irgendwie gucken, dass ich noch zwei, drei Stunden mir Zeit nehme und quasi Video bearbeite, schneide und so weiter. Wisst ihr, das ist halt so, ha, gut, ich kann mich jetzt auf alle anderen Sachen jetzt konzentrieren und, naja. Luxusprobleme, Leute, Luxusprobleme. Jetzt wird erstmal gegessen. Guten, guten. Yo, yo, was gehen wir uns holen? Makarans bei Tötschen, Tötschen. Da, da sind sie alle. Zieht euch die rein. Ja, die gehen wir jetzt holen. Kann man eine 6er-Honig ziehen? Ja, machen wir. Mit diesem Honig scheint die Sorge auf der Zunge. Ja. Cool. So, und jetzt gehen wir gerade über den Rudolfplatz zurück, ins Parkhaus. Wir parken meistens immer unten im Barcello, also Steigenberger jetzt. Und, ja, das war das ehemalige Hotel vorher. Und so langsam entdecke ich auch in den einigen Läden schon die Weihnachtsbeleuchtung. Guck mal hier, Joe Champs, die Sportsbar. Aber die sind doch immer so, oder? Ja, die sind immer so früh. Nein, nein, immer so sind die nicht. Die Galanten haben die noch nicht immer, guck mal. Denk der Adventskranz. Ja, ups. Ja, immer. Komm, ist grün. Hier ist wieder was los in Köln. Sehr gut. Tobi telefoniert gerade mit seiner Mom. Ich stehe hier mitten auf der Kreuzung. Nicht unbedingt, ich stehe sogar noch gut. Der da steht einfach total bescheuert. Ein halber Macaron drin. Wir haben jetzt einen Friseur. Es ist leer, geil. So, ihr Lieben, ich habe noch ein halbes Brot im Mund. Sorry. Ich war gerade baden. Traumhaft schön. Wirklich. Was machst du? Ganz hinterher. Ich muss jetzt noch ein bisschen was hier machen. Ich mache jetzt nur noch schnell die Spüle. Und ich mache noch so ein bisschen Klarschiff einfach. Ich war richtig warm baden. Ich habe das schon mal erzählt. Ich bin keinem. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so drauf seid. Weil bei mir, also für mich ist kalt duschen oder angenehm, ne sagen wir mal so, angenehmes Duschen fängt bei mir bei 42, 43 Grad an. Und wenn ich wirklich richtig duschen möchte und baden möchte, dass pure Entspannung für mich ist, sind wir da schon bei 46, 47 Grad. Also so warm muss das schon sein. Tobi kriegt jedes Mal einen Anfall. Weil jedes Mal stelle ich das ein und stelle das nicht zurück. Und wenn er das dann anmacht, die Dusche ist, ist immer so voll heiß. Aber es ist so für mich die perfekte Wärme. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist vielleicht nicht ganz so gesund. Ich liebe es aber einfach. Dann könnt ihr mal einfach schreiben. Tobi ist schon 38 Grad, 40 Grad ist für den so okay. Es ist gut, gut warm. Und bei mir ist so 46, ist richtig angenehm. Ich würde es, glaube ich, sogar noch mehr aushalten. Bloß dann irgendwann denke ich mir so, ja gut, wird jetzt langsam ein bisschen zu warm. Du kleiner Mann, dich sieht man immer in jedem Vlog. Die Leute denken schon, dass dein Leben echt nur aus Essen besteht. Den ganzen Tag sitzt du entweder da vor oder du sitzt vor deiner Schublade. Und dann kommt die da. Hallo, riechst du das Brot oder das Öl? Was riechst du? Und die da auch. Genau dasselbe. Es gab aber schon was zu essen. Deswegen gibt es jetzt nichts mehr. Hi Leute. So, wir sind wieder zu Hause. Mit dem Malen. Wir machen ja gerade ein bisschen Bürokram. Sag mal hallo. 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 Und du kannst mal zeigen, ich habe... Ach nee, das sieht man ja gar nicht. Ich habe es schon eingepackt. Was ist denn dein Kleid? Ja, ich habe es schon eingepackt. Achso. Ja, das ist alles für morgen. Ja, die... Wie nennt man das? Was denn? Diesen komischen BH. Ähm, ich finde es ein Klebe-BH. Klebe-BH? Okay. Also auf jeden Fall irgendwie trägerlos oder so. Dafür waren wir heute noch im Humkemüller. Ja, ja. Ich fühle mich da immer so verloren bei den Dinger. Der war gut, ne? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, ich trage sowas nicht. Was? Ich trage sowas nicht. Nein, ich habe gesagt, der Kleid gut. Nicht tragen. Achso, okay. Ich fühle mich immer so hoffnungslos da drin und denke mir so, was mache ich hier? Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal, ihr Jungs da draußen, in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so wohl fühlt. Ja. Irgendwie. Guckst du wieder zu mir, Mama Koffer packt? Ja. Aber ist ja nicht lang. Ist ja nicht mal ein Zimmer. Ist ein Tag. Komm mal raus. Hallo. Den wirst du jetzt nicht auf meine Hand gucken, Maas. Pidilas. Hm? Pidilas. Also, wir sind morgen auch am späten Abend auf einer Gala eingeladen. Das ist, ich schlag mich tot, ich weiß es nicht genau, zu Ehren von. Irgendjemand wird geehrt. Ihr werdet es morgen sehen. Und ja, da ist Dresscode. Ich habe nur unser Wassershooting. Echt, das haben wir. Und was bin ich? Ich bin der Rettungsschwimmer in diesem Fotoshooting. Ja, ich sehe zwar nicht aus wie David Hasselhoff oder irgendwie wie Zac Efron bei Baywatch 2. Aber Tobi kann schwimmen. Aber ich kann schwimmen. Vielen Dank. Danke. Danke, dass du doch so nett zu mir bist. Nein. Ich bekomme auch eine rote Badehose. Oh, das ist süß. Das ist süß. Es geht ja auch nicht darum, um Muskeln zu zeigen. Es geht... Ich will nichts Falsches sagen. Aber es ist halt mit dem DLRG zusammen, mit den Rettungsschwimmern. Und da wird halt noch ein Fotoshooting gemacht. Und das hat halt... Es geht halt um was Positives. Genau, ihr seht es morgen. Also jetzt müsst ihr ein Like da lassen, wenn ihr das Bild auch sehen wollt. Jawohl. Ja. Und die Tage kommen schon die ganzen Verlosungsgeschenke an, Leute. Boah, das wird so krass. Das wird so heftig. Das habe ich doch gar nicht auf Daily gesagt. Das haben wir nur in meinem Video gesagt. Stimmt. Das wisst ihr noch gar nicht. Okay, also. Schatz, dafür musst du kommen. Das können wir nicht so unpersönlich machen. Das geht... Nein. Doch, ich glaube morgen. Nicht? Nein. Und zwar. Wir haben uns gedacht, wir haben mittlerweile 550.000... Red ruhig weiter, mein Schatz. Ich mache uns nur mal so ein bisschen mehr. Ein bisschen eher. Man wird es jetzt ein bisschen persönlicher machen. Hallo. Hallo, mein Name ist Tobi. Mein Name ist Maren. Und wir haben heute... Also ich bin der Freund von Maren. Nein, der Mann. Wir machen das so wie damals. Ja, jetzt mittlerweile bin ich der Mann. Also ihr habt mich noch nie gesehen. Was ist denn dein Lieblings... Was redest du gerade? Was habe ich nochmal... Wie habe ich nochmal die Frage beantwortet bei dem Boyfriend Tag? Achso. Was ist dein Lieblingsessen? Nein. Was ist dein Lieblingsdressing? Essigöl. Weißt du, ich hasse Essigöl. Aber okay, dankeschön. Und damals habe ich von dir erwartet, da waren wir zwei Monate oder drei zusammen, dass du einfach alles über mich weißt. Ich war so richtig so... Wie soll das denn gehen? Welches Essig ich mag. Welches Essig ich mag, genau. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Es geht darum, Leute. Wir wollen uns bei euch bedanken und wir haben was Großes organisiert. Wir haben mit sehr, sehr vielen Firmen Kontakt aufgenommen. Wir haben mit sehr, sehr vielen Firmen geschrieben. Haben aber auch einiges selber geholt. Genau. Es ist teils, teils. Wir haben selber auch Geld investiert und haben für euch Verlosungsgeschenke geholt. Und unter anderem halt haben uns auch Kooperationspartner schöne Geschenkboxen oder ähnliches auch zugesendet. Coole Sachen. Verlosen. Das sind durch Kunterbund. Also das ist für Männer, für Frauen, für Paare, für... Für den Winter, für die Haut, für Kosmetik, alles ist dabei. Alles mögliche. Alles. Sport, Auto, alles. Ja, Sport, Auto, alles. Es ist wirklich alles dabei. Da kommt keiner zu kurz. Und wir wollen über 24 Tage eine Verlosung machen. Genau. Das heißt, ihr werdet ab dem 1. Dezember jeden Tag die Möglichkeit haben, etwas zu gewinnen. Alles Weitere werden wir natürlich noch erklären, dann wenn es richtig losgeht. Genau. Aber macht euch gefasst. Das wird cool. Das haben wir jetzt die ganze Zeit geplant. Genau. Und deswegen kommen jetzt auch, also morgens sind wir ja nicht da, die Tage kommen so unmenschlich viele Pakete an. Ich glaube, der Postbote wird uns einfach hassen. Der denkt sich, wie viel kann man sich auf Amazon bestellen oder so? Der denkt bestimmt so, boah, was bestellt die Frau Wolf die ganze Zeit? Wieso? Kann auch sein, dass er nicht adressiert ist, aber okay. Aber das Coole eigentlich an der ganzen Sache ist, was für Joe. Der Großteil der Sachen ist immer so, ich freue mich manchmal, oh, der Bote kommt. Und dann denke ich, vielleicht ist auch ein Paket für mich dabei. Nein, das ist für Machen. Oh nein, Baby. Das ist so ein letzter Paket für Machen. Danke. Nein, aber was das Coole an der ganzen Sache auch noch zusätzlich ist, ist, dass nicht nur 24 Leute gewinnen können, sondern dass einige mehr gewinnen können. Das ist halt das Schöne an der Sache. Es gibt zwar 24 Tage, 24 Verlosungen, aber auch an manchen Tagen werden dann halt einfach zwei oder sogar mehr als 15 Sachen verlost. Genau. Das werdet ihr dann alles an den bestimmten Tagen sehen. Wir werden uns das Wochenende da noch Zeit nehmen, weil wir werden das quasi alles vordrehen. Du siehst das gerade. Fakt ist, es gibt Verlosungen zu Weihnachten, 24 Tage, freut euch und geil und ihr müsst nicht viel machen. Und wenn wir schon dabei sind und das auch announcen können, auf Marens Instagram-Kanal gibt es auch eine Verlosung und zwar zu jedem Advent. Ganz genau. Immer Annik, jedes Adventswochenende. Also Samstag und Sonntag gibt es eine Verlosung auf Marens Instagram-Kanal. Ja. So. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch genug gelabert. Wir werden jetzt schlafen gehen. Wir haben morgen eine lange Fahrt. Ja. Bis nach Hamburg geht es. Wir haben morgen viel zu tun. Das werdet ihr natürlich auch alles in dem weiteren Vlog sehen. Und dann könnt ihr sagen, bis morgen. So, machen wir jetzt hier Schluss. Okay, bis morgen. Tschüss. Warum? Was sollen wir denn noch machen? Ich weiß es nicht. Tschüss. Ach Leute, wie schön das Wetter heute ist. Okay. Ja, ist ja gut. Tschüss. Macht's gut.